Die 3 zu 4 Niederlage gegen die TSG Hoffenheim war nicht nur ein Rückschlag auf dem Spielfeld, sondern auch Anstoß für tiefes Nachdenken bei Sportdirektor Nils Schmadtke. Wie ein kontemplativer Philosoph tauchte er in die Tiefen der Ereignisse ein, zog daraus wertvolle Lehren und zeigte die Richtung für den weiteren Weg auf. Schmadtkes Stimme halte in einem von Ernst und Nachdenklichkeit erfüllten Flüstern wieder, als er seine Beobachtungen über die Höhen und Tiefen des Zusammenstoßes mitteilte. Er bewunderte die Reaktion der Mannschaft auf das 3 zu 3 Unentschieden und wertete dies als Zeichen der Widerstandskraft und Entschlossenheit. Sein strategischer Verstand konnte jedoch den entscheidenden Moment nicht ignorieren, indem die Stabilität der Defensive nachließ und es dem Gegner ermöglichte, das entscheidende Tor zu erzielen. Es war, als wäre jeder Abwehrfehler eine dissonante Note in einer Symphonie, die harmonisch klingen sollte. Schmadtkes Klage war deutlich zu spüren, als er von den Fehlern sprach, die ihm den Sieg gekostet hatten, eine Mischung aus Frustration und Entschlossenheit gleichermaßen. Sein Blick schweifte für einen Moment zum ungewissen Horizont der Zukunft, wo verpasste Gelegenheiten wiederhalten wie eine ständige Erinnerung an die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung. Doch inmitten des Schattens der Niederlage leuchtete ein Licht der Anerkennung. Schmadtke würdigte die Brillanz von Robin, dessen Hettrick trotz der düsteren Bilanz ein Hoffnungsschimmer gewesen sei. Der Spieler verkörperte in seiner individuellen Leistung das Wesen der Borussia, seinen unermüdlichen Einsatz und sein außergewöhnliches Können. Jetzt ist es an der Zeit, dass die Fans von Borussia Mönchengladbach ihre Stimmen und Gefühle zum Ausdruck bringen. Wie nehmen Sie Schmadtkes Worte auf? Stimmen Sie Ihrer Analyse und Ihren Beobachtungen zum Spiel zu? Wie sehen Sie die Zukunft der Mannschaft nach dieser Niederlage? Lassen Sie Ihre Meinung wie einen Fluss aus Leidenschaft und Hoffnung fließen, denn es ist diese Energie, die Borussia zu neuen Erfolgen antreibt.